Ja, Mahlzeit-Freunde, kurzes Status-Update zum Müller Messer, zum Jäger Müller, nennt man Jäger Müller, hört sich besser an, so wie Gefreiter Schulz, Jäger Müller, Messer, klasse, 1A, aber, also Messer, volle Punktzahl, nur leider, die eigentlich coole, größenverstellbare Nylontasche, auch elastisch, nach nur einer Woche im EDC-Einsatz am Gürtel, habe ich jetzt, nachdem ich es weggemacht habe, zum Wochenende, um ein anderes Messer dran zu machen, schon bemerkt, dass die Naht hier, welches hier den oberen Gurt hält, schon, sage ich mal, zu zwei Drittel ausgerissen ist. Darum befürchte ich, dass diese Messertasche die nächste Woche schon nicht mehr überstehen wird, und ich da höllisch aufpassen muss, dass ich das Messer nicht irgendwann mal verliere, dass es irgendwie vielleicht runterfällt draußen im Gras, da hörst du es nicht, und verlierst vielleicht das Messer und alles, und weg ist es, ne? Das ist schade, dass hier nach nur einer Woche die Nähte hier so schlecht sind, dass das da hier eine zweite Woche schon nicht mehr überleben wird, dann hoffe ich, dass diese Nähte links und rechts besser halten, dann kann ich es immerhin noch horizontal am Gürtel tragen, bevor ich dann wahrscheinlich in weiteren wenigen Wochen die Tasche ersetzen muss, gegen was hochwertigeres, ne? Also da vielleicht noch mal über serienmäßig mitgelieferte Zubehörteile das Ding dann vielleicht lieber weglassen und die Ledertasche etwas günstiger anbieten, ne? Denn das hier ist, äh, kein gutes Zukaufteil wahrscheinlich, ne? Aber, Messer, perfekt, also, kurzes Status-Update, tschau, macht's gut, euer Hibili.